So sieht mein Kopfschmerzgesicht aus. Und mein Bewegungsschmerzgesicht so. Mein Migränegesicht sieht so aus. Aber dank Ratiofarm sieht es wieder so aus. Bei fast allen Schmerzen hilft eins der Mittel von Ratiofarm. Zum Beispiel Ibu-Lysin-Ratiofarm gegen Kopfschmerzen. Ratiofarm. Gute Preise, gute Besserung. Die Nummer 1 in der Apotheke. Jetzt in der Tablettenbox. Ibu-Ratiofarm-Lysinat oder Paracetamol-Ratiofarm. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.